Ja, freut mich, dass er euch ein kurzes Interview stellt. Ja, sehr gerne. Wir Glücksign, wir überarbeiten unser Partnerprogramm ein bisschen und wir als mittlerweile langjähriger Partner, hatten wir uns gedacht, dass ihr vielleicht kurz ein paar Fragen beantworten werdet. Von daher würde ich direkt gerne darauf zukommen. In welcher Beziehung arbeiten wir mit Global-Zeiten zusammen? Genau, vielleicht erstmal zu InternetX. Also InternetX ist einer der weltweit führenden Domain-Registrate im B2B-Bereich und verwaltet über 3,8 Millionen Domains mit unserem eigenen T3-Data-Center in München. Und bis dato haben wir auch für unsere 25.000 weltweit tätigen Partner über 50.000 Zertifikate ausgestellt und schützen deren Online-Business effektiv damit. Und Global Sign in dem Zusammenhang ist einer der am stärksten wachsenden CA's unter den von InternetX angebotenen Zertifizierungsstellen. Und ja, wir freuen uns darüber, dass die Beliebtheit immer größer wird. Also die Nachfrage auf Seiten unserer Reseller-Geschäftskunden wird immer größer. Genau. Freut uns natürlich auch. Welche Lösungen ganz genau verkauft ihr euren Kunden, vertreibt ihr für eure Kunden? Genau. Also über InternetX können unsere Kunden über unsere Zertifikatsverwaltungssoftware, den SSL-Manager oder auch direkt über die API Global Sign Zertifikate bestellen. Dabei geht es um die E-Mail-Verschlüsselung, also S-MIM-Zertifikate. Und diese digitalen Zertifikate, um es vielleicht auch noch kurz auf den Punkt zu bringen, sorgen eben dafür, dass Daten verschlüsselt per Mail übertragen werden. Und damit werden sie eben vertraulich übermittelt. Und das ist für uns und auch für unsere Kunden im Reseller-Bereich sehr, sehr wichtig. Genau. Ich meine, da hast du schon beinahe die Vorteile der Zusammenarbeit gut zusammengefasst. Gibt es da vielleicht noch andere Sachen, die ihr unterstreichen würdet? Was sind für euch wirklich die Vorteile der Zusammenarbeit mit Global Sign speziell? Ja, Global Sign ist für uns ein Partner, der eben immer qualitativ hochwertige Produkte an uns liefert und dabei immer sehr verlässlich ist. Und ja, diese E-Mail-Verschlüsselung, die Global Sign mit uns zusammen sozusagen verkauft, ist hocheffizient. Und was natürlich besonders gut ist in Zeiten der Datenschutz-Grundverordnung, ist, dass die Kriterien auch mit diesem Produkt erfüllt werden. Sehr wichtig. Ja, schön, dass es euch wirklich für eure Kunden funktioniert. Ganz allgemein im Halbsatz oder so, welche Erfahrungen grundsätzlich haben wir mit Global Sign als CA gemacht? Was sind für euch die Kernkompetenzen Global Signs, die für euch wichtig sind? Ja, dank Global Sign ist es eben möglich, dass wir eine unbegrenzte Anzahl an E-Mails und Dokumenten innerhalb einer E-Mail-Adresse verschlüsseln. Und das ist gerade im Reseller-Bereich, wo auch große Mengen an Daten übertragen werden, ist das sehr wichtig. Und das ist mit Global Sign einfach garantiert. Und ja, als Erfahrung an sich, die wir mit der Firma Global Sign machen, ist es eben so, dass wir, wie schon gesagt, eine der stärksten wachsenden CAs an unserer Seite haben. Und ja, auch als Partner, wenn man mal Unterstützung und Hilfe braucht, dann steht Global Sign immer zuverlässig und als helfender Partner an der Seite von InternetX. Danke für Ihr Interesse an Global Sign. Weitere Videos über Cybersicherheit, Identitäten und PKI finden Sie über die Links auf dem Bildschirm. Um keine aktuellen Videos zu verpassen, vergessen Sie nicht, unseren Channel zu abonnieren oder uns auf Social Media zu folgen.